Ich bin in Plettenberg geboren, im Sauerland, sozusagen trikulturell aufgewachsen, weil meine Mutter Pfälzerin war und mein Vater Schlesier und ich nun im Sauerland aufgewachsen bin. Also in einem Dorf, ländlich, behütet, aber historisch schon früh auch mit dem Stoff der Geschichte in Verbindung gekommen durch die schlesischen Wurzeln meiner väterlichen Linie. Da gab es auch Fluchtvertragung, all diese Dinge. Das schafft schon das Geschichtsbewusstsein, glaube ich, in einem sehr jungen Alter. Ich kann mich erinnern, dass irgendwann mal ich sogar da in der Grundschule schon Aufsätze geschrieben hatte. Studium Universität zu Köln und wichtig vielleicht noch ein gläubiges Elternhaus. Mein Vater Protestant, meine Mutter träuferisch gesinnt, also Mennonitisch. Die gibt es in Deutschland auch, wenn auch nicht mehr viele oder wieder mehr jetzt seit der Öffnung Russlands. Einfacher, mein Großvater Bauer, gut situierter Bauer, aber nicht übermäßig. Anderer Großvater Kleinbauer und Gelegenheitsarbeiter und also einfache Verhältnisse. Aber mein Vater war ein kluger Mann, ehrgeizig, Schuldirektor zum Schluss, aber hat das alles über den zweiten Bildungsweg gemacht. Das ist so der Hintergrund, aber dieses Interesse für Geschichte war sehr früh da. Und je älter man wird, desto mehr merkt man dann auch, was man von seinem Vater mitbekommen hat irgendwie. An Charaktereigenschaften oder auch guten, schlechten, wie auch immer. Wenn Sie mal in den Lebenslauf schauen, geht das ganz durcheinander. Also da ist alles drin. Da ist Wirtschaft drin und zwar verschiedenste. Da ist verschiedenste Hochschulstationen drin, da ist mein Unternehmerturm drin, da ist ein Scheitern drin, was man nicht ganz oben im Lebenslauf, so mehrere Scheitern, vielfach gescheitert. Ich glaube, wenn ich nicht vielfach gescheitert wäre, wäre ich nicht der, der ich bin. Immer wieder neu angefangen. Und mein jetziges, mein jetziges Unternehmen habe ich um das Jahr 2000 gegründet. Und seitdem ist das so eine Klammer, aber auch jetzt mache ich noch viele Dinge. An der Hochschule bin ich ja so gut wie ausgeschieden. Mein Vertrag in Glatz habe ich nicht verlängert. Und in Worms bin ich immer noch ohne Dienstbezüge. Aber irgendwann werde ich da wahrscheinlich auch ausscheiden müssen. Und irgendwann muss man sich entscheiden. Ja, was war speziell? Also ich habe mit 15, 16 die Philosophen und Politikwissenschaftler gelesen und habe dann irgendwann mit 17 beschlossen, du wanderst nach Amerika aus und reißt da das große Ding und dann machst du was. Und das war so mein Lebensplan. Hat nicht ganz funktioniert, aber den habe ich relativ konsequent verfolgt. Mein Vater ist dann gestorben, als ich 18 war. Geld hatten wir auch nicht. Und Bundeswehr musste man dann ja und dann waren die ersten zwei Jahre Uni Köln, dann Adenauer Stipendiat USA, dann wieder zurück nach Deutschland und wieder in die USA. Und so geht das hin und her. Aber dieser Lebensplan, den ich relativ früh gefasst hatte, der hat sich zwar nicht ganz so entwickelt, wie man das so dachte, aber er war sicherlich maßgeblich. Ja, politisches Vorbild war sicherlich mein Vater, der hoch engagiert war in der Kirche und auch in der Kommunalpolitik, in der CDU. Hat lange mit sich gehadert oder gezögert, ob er nun in die FDP solle oder in die CDU. Das war eine große Frage. Und irgendwann hat er dann gesagt, ich geh in die CDU. Und also mein Vater hat mich sicher geprägt. In der Schule waren es oft, möchte ich sagen, die alten Lehrer der Kriegsgeneration, die viele Erfahrungen mitgebracht haben. Es gab noch einige, die waren kurz vor der Pensionierung oder auch schon danach. Aber auch ein junger, frischer, alt 68er oder damals jung 68er. Das war mein Philosophielehrer Ulrich Völkl, der in der elf oder zwölf, weiß ich mehr genau, mit uns Hegel gemacht hat. Die Klasse war irgendwie acht Leute, also der Kurs war acht Leute stark und zum Plus hat er noch anderthalb, die ihm gefolgt sind. Zu denen fühlte ich mich irgendwie zugehörig. Also er hat im Prinzip den Unterricht dann für mich und einen anderen gemacht. Das war natürlich toll. Also Hegel hat mich auch schwer beeindruckt. Und ich selber habe eben auch als junger Mensch schon ein bisschen in anderen Sachen, die Vitalphilosophie Ortega y Gasset, den habe ich mit 13 gelesen, glaube ich. Also das waren so Sachen in gewisser Weise. Als ich an die Uni ging, wusste ich, was ich wollte. Das Weltbild war da oder es waren natürlich viele Lücken noch auszufüllen, aber das Gerüst war da, weil ich mir das irgendwie autodidaktisch erarbeitet hatte in der Schulzeit und hatte so meinen Plan gefasst. Der ist dann trotzdem anders gekommen, als ich dachte. Aber gut, im Leben geht es halt nicht immer gerade. Bei mir ging es ganz viel durcheinander. Man hätte mir auch noch anderes vorstellen können. Also auch Mathematik fand ich spannend. Aber das war ganz pragmatisch. Ja, also nur nach dem Motto, die Philosophie, das ist wunderschön, das kannst du auch machen so, aber du musst ja nicht studieren. Es ist ja bei den Angelsachsen das ist noch ein bisschen anders. Die machen dann zum Beispiel Bachelorstudium, machen sie irgendwie Philosophie oder was auch immer, wenn sie aus irgendwelchen Unternehmerfamilien sind und dann im Master machen sie ja MBA oder was auch immer. Die haben ja zumindest das Bachelorstudium vorgeschaltet. Haben wir in Deutschland nicht, also geht es ja gleich in die Vollen. Ich habe gesagt, gut VWL, damit habe ich angefangen. Da kannst du auch Soziologie und kannst Politikwissenschaft im Nebenfach belegen und so weiter. Da konnte ich also meine Hobbys frönen und hatte gleichzeitig auch was handfest Verwertbares sozusagen. Und das war schon diese pragmatische Überlegung auch mit dabei. Keine Frage. Aber es hat mich natürlich auch interessiert. Die Volkswirtschaftslehre war schon was, was mich sehr interessiert hat. Also ich war damals an der Uni Köln, war es noch die alte Ordinarien-Universität. Die Ordinarien als Könige, Organisation chaotisch. Man musste sich selber seinen Weg suchen. Das war für die, die sich selber ihren Weg suchen konnten wunderbar und für die, die es nicht konnten, nicht so gut. Und in Amerika, das erste Jahr, wo ich da war, sind noch nicht Princeton, sondern das Jahr Washington. Wahnsinnig motivierte Professoren, ständige Zwischenkontrolle, aber nicht in dem Sinne, dass man sich kontrolliert fühlte, sondern gefördert fühlte, kleine Tests, ständige Ansprechbarkeit der Professoren. Also das war zwar sehr verschult, aber es war wahnsinnig effizient und klasse. Das war natürlich eine ganz andere Art des Studiums. Und ja, von daher schwer zu sagen. Also ich denke, wenn das deutsche Abitur seine Qualität behalten hätte oder könnte oder wenn wir sich zurückruhen könnten oder flächendeckend zurückruhen könnten, dann war das System natürlich eins das Beste der Welt oder eins der Besten der Welt. Aber wir haben natürlich, was die Schulbildung angeht, schon mittlerweile nachgelassen. Das ist ja zumindest in der Breite. Deswegen brauchen wir wahrscheinlich einen verschulten Einstieg ins Universitätsstudium in Europa auch. Aber Bologna halte ich für eine Katastrophe. Bologna verschult alles. Bologna senkt die Mobilität, weil man im Prinzip in vorgefertigten Bahnen sich austoben muss, die gar nicht mehr die Zeit hat. Also ich habe auch meine Professorin Graz unter anderem deswegen niedergelegt. Also erstens war ich voll mit Sachen und zu viel. Aber war das so verschult. Die Studis waren gut motiviert. Es hat in gewisser Weise Spaß gemacht, aber es war so kontrollt und modularisiert. Und unser Kollege Wolfgang Leithold, der an der Uni Köln politische Theorie macht, der hat mal gesagt, früher und auch als ich kam, gab es in der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät den Dekan. Es gab zwei Assistenten, es gab zwei Sekretärinnen. Heute sitzen da 40 Leute, die anscheinend die Kollegen kontrollen. Input, Output und so weiter. Und das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Also von daher bin ich ganz froh, dass ich keine Lehrverpflichtung in meiner Hochschule habe. und lieber dann mal zu Expertengesprächen kommen oder zu öffentlichen Vorträgen oder sonst was. Es ist wirklich ein Luxus, aber ich genieße den auch. Ja, in gewisser Weise, habe ich ja gesagt, war ich so, was mein Grundgerüst, mein Gedanke ist, anging fertig, als ich an die Uni ging. Ich habe Kissinger gelesen, ich habe vorher und alles Mögliche im Politikwissenschaftlichen Bereich, wie gesagt, eine Philosophie auch ein bisschen. Aber dann hat man doch natürlich Menschen, die im Leben angekommen sind und wo man sich ein bisschen was abguckt. Also einer war bestimmt der Gerhard Fels, der mich sehr gefördert hat, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft. Ich habe eine Vorlesung bei ihm gemacht und ich habe vielleicht vier oder fünf Unterredungen mit ihm gehabt. Aber nach der zweiten hat er mir was in Amerika besorgt. Also er kannte mich ein bisschen aus seinen Vorlesungen, das war es. Also es war unglaublich und das war toll. Und also Gerhard Fels war sicherlich jemand, der ein Vorbild auch war. Später dann Karl Kaiser, bei dem ich ja die Diplomarbeit geschrieben habe. Wir sind immer noch im Lehrerschüler-freundschaftlich-Kollegialen, wenn auch sehr kontroversen Dialog im Moment. Aber das waren so zwei. Und als ich dann in Princeton war, war sicherlich der Robert Gilpin, der mich nochmal zu den Klassikern zurückgeführt hat. Auch zur realistischen Theorie der Außenpolitik, nochmal zu den Wurzeln dieser realistischen Theorie. Und mein Doktorvater, das war eher so ein professionelles Verhältnis. Er war sehr genau und deswegen dauerte das dann auch etwas länger und ich war ungeduldig. Aber der Aaron Friedberg ist ja dann irgendwann Deputy Assistant oder Deputy Security Advisor, der war im Stab von Cheney gewesen. Also er war sicherlich ein sehr, sehr guter Lehrer, der nochmal auch, sagen wir mal, auch da die Basics eingefordert hat, wenn man sich schon selber irgendwo woanders wähnt und das war wichtig. will ich weiter. Vielen Dank.